Hallo Mats, vandag tun uns Vorsatzstelves und Hirtene. Hi guys, today we are doing prepositions revision. A Vorsatzstel sefer uns, war ist es? A preposition tells us where something is. Now, onsoviet, war ist die Pada ki? Now, we want to know where is the frog. Kan nyele die Pada si? Die Pada is achter. Can you guys see the frog? The frog is behind. Anse nou, die Pada ki is? Bane an. We say now that the frog is inside. War ist die Pada nou? Where is the frog now? Die Pada ist dasan. The frog is between. Good job guys. Nu ratong skeik. Far ist die Pada ki. Kan nyele die Pada ki si? Can you guys see the frog? Ya, die Pada is under. The frog is under. War ist die Pada nou? Where is the frog now? Und se, die Pada is wo op. The frog is on top of. War ist die Pada nou? War ist die Pada nou? Where is the frog now? Die Pada is langs. The frog is next to. War ist die Pada, the frog is in the front. War ist die Pada, 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 die Pada